Das Internet genießt ja seit paar Jahren ein riesen Comeback. Hat wahrscheinlich damit zu tun, persönliche Meinung, dass vielleicht Dienste auf der Welt sind, die es einfacher nutzen oder einfacher es ermöglicht, Unternehmen zu nutzen, wie zum Beispiel Shabot Online, Microsoft Teams und Co. Dass selber sich Sachen zusammen klicken, ist nicht das Problem, sondern die Struktur ist ganz, ganz wichtig, um ein Internet aufzubauen, das Unternehmen auch Nutzen bringt. Das bedeutet, ich habe dort zwei verschiedene Charaktertypen, die eine, die etwas zur Verfügung stellen möchten im Internet und die andere Gruppe, die etwas konsumieren möchten. Das heißt vielleicht Abteilungen, die etwas zur Verfügung stellen und Members, Mitglieder, Kunden im Unternehmen, die diese Information nutzen möchten. Wie kann man die beiden Länder zusammenbringen, dass sowohl die einen das richtig zur Verfügung stellen, als auch diejenigen, die es konsumieren möchten, das Richtige bekommen. Und wie man da vorgeht, das möchte ich Ihnen kurz mal vorstellen. Mein Name ist Lexi Kuznia von der Firma Leihendwerk. Viel Spaß, bis gleich. Ja, verschafft uns eine Übersicht. Wie geht man denn vor, wenn man das Internet auf Basis von Microsoft 365 aufbauen möchte? Natürlich kommt erstmal die Anforderungsanalyse und das natürlich fachabteilungsübergreifend. Das Internet ist ja das Unternehmen, das heißt, wir müssen uns das Ganze ansehen. Und hier ist wichtig der Punkt, dass man, man hat ja zwei Seiten meistens beim Internet. Man möchte, also jemand möchte Informationen zur Verfügung stellen. Hey, ich will das und das zur Verfügung stellen, dass es im Internet ist, damit es jemand lesen kann. Und die andere Seite ist, ich möchte bestimmte Informationen nutzen. Das heißt, das muss zusammenpassen. Das heißt, ich bin jemand, der das Internet nutzt, aktiv, um bestimmte Informationen zu suchen, die für mich relevant sind, weil wir sind natürlich in einem Unternehmen verschiedene Abteilungen, verschiedene Anforderungen für das Internet, was ich überhaupt da sehen möchte. Und ich habe natürlich die andere Seite gesagt, ich will das zur Verfügung stellen für meine Leute. Ob das jetzt direkt jemandem wichtig ist, nicht wichtig ist, ist noch gar nicht so richtig klar. Und da muss man natürlich Basis finden, die Gemeinsamkeit, wer braucht welche Services. Und dazu kommen wir direkt zum Thema, ganz wichtig, Konzepts. Nicht direkt beginnen, sondern ein kleines Konzept machen, natürlich in größeren Form, in größeren Konzepten. Aber es ist wichtig, eine Vorlage zu haben, ein Ziel zu definieren, weil dann ist es einfacher, ein Internet aufzubauen, wenn man ein genaues Ziel hat, was man natürlich auch bauen möchte. Was ist wichtig, so ein Internetaufbaukonzept? Natürlich, das heißt, wir haben jemanden, der etwas zur Verfügung stellen möchte und wir haben, der etwas nutzt. Das heißt, wir haben die Personas. Eine Persona, sprich eine Zielgruppe oder Rollen, wie auch immer das genannt wird. Sprich, bestimmte User im Unternehmen, vielleicht alle das ganze Unternehmen, möchten das und das nutzen. Die Vertriebsabteilung interessiert sich aber meistens eher für diese Formationen, weil die wichtig sind. Mit denen muss man sprechen, damit man das auch erfährt. Das muss sich da zur Verfügung stellen. Die Homeoffice-User zum Beispiel interessieren sich für ganz andere Formationen oder benötigen ganz andere Formationen, die vielleicht nur für sie relevant sind. Das bedeutet, klar, es ist dem nicht relevant, aber wenn ich zum Beispiel in München arbeite und die Firma ist eigentlich in Hamburg und da fahre ich gar nicht darauf hin und die Informationen werden die ganze Zeit publiziert, was in der Firma gerade stattfindet, wo ich gar nicht daran beteiligt bin, was gleich in der Kartin und die ganze Zeit los ist, dann interessiert mich das da weniger. Das heißt, ich habe vielleicht anderen Informationsbedarf als eine andere Persona im Unternehmen. Personen in Projekten, das heißt zum Beispiel, wenn ihr Unternehmen stellt verschiedene Projekte zur Verfügung, die Projektdarnäher haben ganz andere Anforderungen als ein Internet, die möchten schnell bestimmte Sachen finden, die relevant für ihre Projekte sind. Das heißt, wo ist mein Projekt, wo habe ich drei, letztens zwei, habe ich daran gearbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, ein Internet ist keine statische Darstellung von Informationen, es ist eine Kommunikationsplattform, die dynamisch relevante Informationen zur Verfügung stellen soll anhand der Personas. Wichtig ist, wenn wir das dann geschafft haben, wir haben also quasi Anforderer, also ich will das sehen und plus ich möchte diese nutzen. Wenn wir da eine Gemeinsamkeit gefunden haben, sehen wir irgendwann, okay, was muss zum Beispiel auf so eine Startseite drauf, die relevant ist, wo sollte Startseite vielleicht hin, zum Beispiel auch als Homebutton in Microsoft Teams. Das ist das Erste, was ich vielleicht in Microsoft Teams sehe, wenn ich morgens aufwache, das heißt, dort das Ganze zu sehen möchte und nicht im Browser zum Beispiel aufzumachen. Und was möchte ich dort sehen? Neue Nachrichten, vielleicht wichtige Links für digitale Services, die ich im Alltag brauche, das findet man heraus, wenn man so diese Vorgehen macht. Dann hat man vielleicht identifiziert, hey, ich brauche Vertriebsseiten, also eine Struktur eben für eine Seite oder einen Bereich, wo der Vertrieb bestimmte Sachen zur Verfügung stellen kann als Abteilung oder dass der Vertrieb nutzen möchte, weil er das immer wieder braucht. Das heißt, Kunden-Onboarding-Tools oder digitale Services, Mitarbeiter-Onboarding wird aufgenommen, weil da vielleicht neue Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, die dann bestimmte Sachen automatisiert bekommen, wenn sie in die Firma kommen, das heißt, dass dieser Prozess angepasst wird. Wichtige Vorlagen, die Vertrieb nutzen muss, Angebotsvorlagen und Co., das heißt, dort sind diese Informationen anbelegt. Oder im Homeoffice-Bereich vielleicht bestimmte Tools, die nur relevant sind für den Homeoffice-Bereich oder Videos, die eben da gezeigt werden, wie man im Homeoffice arbeitet oder wie man die Möglichkeiten hat, das zu nutzen. Das heißt, hier personalisiert auf den Bereich, den man benötigt. In Projekten, Projektablagen, Projektstrukturen, die man braucht, eben Projekte zu nutzen. Das heißt, das ist ein Bereich, den ich nutze als Projektmitarbeiter. Und das kann natürlich immer kombinierbar sein miteinander und so weiter und so fort. Wenn man das geplant hat, das Ganze im Konzept, dann geht man hin und sagt, ich habe einen Nutzen und ich habe einen Aufwand. Das heißt, ich habe eine Matrix und sage, okay, ich habe einen Nutzen, wenn ich diese und die Funktionen implementiere im Internet, weil die sehr von vielen Mitarbeitern genutzt wird, aber auch nicht so schwer ist und das zur Verfügung stellen. Oder habe ich einen bestimmten Aufwand, der ist sehr hoch, der Nutzen ist aber nicht direkt da, der stehe ich vielleicht nach hinten. Das heißt, ich baue mir eine Implementierungsmatrix, sage ich mal, auf, wo ich vielleicht die ersten Piloten starten kann. Dann wichtig ist natürlich, ich baue mir eine gewisse Struktur für das Internet. Das heißt, welche Sites brauche ich, wo sind sie angesiedelt, welche Hub-Sites habe ich, habe ich verschiedene Hub-Sites, wie sieht das Ganze aus. Das heißt, diese Vorarbeit ist sehr wichtig und das sind natürlich nur ein paar Punkte, die ich einfach nur grob aufgezählt habe, die man betrachten muss, bevor man das Internet an sich aufbaut. Das heißt, in dieser Phase sollten Sie ganz genau schauen, was braucht man. Gar nicht so stark im Detail, es kommt davon an, ich bin sehr frohend davon, dass man ein paar wichtige Punkte mit aufnimmt und schnell auch in die Pilotphase geht, um einfach nur ein Ergebnis zu haben, ob geht das in die richtige Richtung, ist das das, was Sie wollen, hilft uns das, bevor man natürlich sehr viel Aufwand investiert in eine, ja, in eine theoretische Struktur, die in der Praxis gar nicht funktioniert. Ja, das heißt, das sind wichtige Punkte, die man beachten muss. So, wir schauen uns, wenn das jetzt gemacht wird, will ich einen Piloten haben, das heißt, ich gehe in die Pilotphase. Und wie kann so eine Pilotphase aussehen, eine Pilotstruktur in Microsoft 365, zum Beispiel ein Internet auf Basis von SharePoint. Ich wechsle mal kurz in eine Seite, die ich mal gebaut habe, jetzt beispielsweise für diese Demo hier. Also, wir haben hier eine Startseite im Internet, die zum Beispiel dann in Microsoft Teams auch eingebunden werden könnte als Startseite. Das heißt, das Ganze ist auf SharePoint Online basierend. Ich habe hier zum Beispiel wichtig, ich habe mir zitiert, die wichtigen Informationen sollen zuerst dargestellt werden. Das ist jetzt ein Template, was ich hier verwendet habe, ein bisschen angepasst, um einfach Ihnen zu zeigen, wie das aussehen könnte. Speziell auf dem Unternehmen muss man das nicht so bauen, wie man das, ja, wie Sie es Unternehmen benötigen, mit den Informationen, die Sie benötigen. Die Situation, hey, da gibt es einen neuen Onboarding-Prozess, das Internet wird auf Basis von Microsoft 365 eingebaut. Ich kann mir hier draufklicken und kann mir das Ganze anschauen. Das sind jetzt News oder Blogs. Hier sind es eher News in der Hinsicht, wo man dann draufklickt und entsprechend sich die Sachen anlesen kann und so weiter. Ich habe vielleicht verschiedene Informationen auf der rechten Seite, Struktur. Rechte Seite sind eher dynamische Sachen, die sich verändern immer wieder und vielleicht die Quelle, also die Informationsquelle ganz woanders herkommt. Und hier sind die statischen Sachen, die quasi immer wieder hinzugefügt werden, beziehungsweise dynamisch in dem, wenn ich einen neuen Blogvertrag herstelle, wird er automatisch hier natürlich erscheinen. So, jetzt habe ich hier was angefügt. Dann habe ich vielleicht News mit verschiedenen Videos, die ich erstelle. Vielleicht sind es jetzt auch Marketing-Videos aus dem Unternehmen, die für jedermann interessant sind. Das heißt, entweder sieht das jeder oder individuell angepasst, je nachdem, welcher User so ein bisschen angemeldet ist. Ich habe bestimmte Daten, wie zum Beispiel Wetterdaten, die auch dynamisch sein können, aber hier die relevant sind für mein Unternehmen und für meine Benutzer, die in meinem Unternehmen sind. So, dann habe ich nochmal die ganze Nachricht nochmal strukturiert. Ich habe zum Beispiel auch vielleicht Conversations hier eingebaut und so weiter. Ich habe hier weitere interessante Links und Portale, die ich zusätzlich im Unternehmen nutze. Sei es Familien, sei es für bestimmte Learning Pages, sei es in Social Media Gründen, wo ich mich registrieren kann, wo ich eine Conversation auch führen kann und so weiter und so fort. Und rechts habe ich vielleicht individuelle Sachen drin, wie meine zuletzt angepassten Daten oder Dokumente. Das ist natürlich individuell auf dem, der oder der oder diejenige sich hier angemeldet hat. Wenn ich jetzt Office.com öffne und diese Internetseite hier in Sherwood Online öffne oder eine andere Person, das das Unternehmen tut, sieht man natürlich andere Informationen, je nachdem, welche Daten sie da oder eher derjenige genutzt hat. Meine letzten Nutzen besuchten Seiten und vielleicht Empfehlungen, die für mich noch relevant sind. Das heißt, sehen die Welle aufgebautes Internet, das eben auch für das Unternehmen passt, aber natürlich die Einzelpersonen so ein bisschen berücksichtigt. So, dann haben wir natürlich oben verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die natürliche Linklinks, die ich habe, also schnelle Verlinkungen oder auch natürlich mein Intranet, meine Hubs, so blöds klingt. Ich habe verschiedene Hubs, ich habe jetzt mal zwei Stück gebaut, ein Intranet-Hub, wo ich, wenn ich dort runter die Seiten unterordne, die quasi sich an der Quelle anpassen, Design und Co. angeht. Und ich habe einen anderen Bereich, der vielleicht ganz anders ist, der löstgelöst vom Internet, der eigenen Bereich für sich zur Verfügung steht, wo vielleicht ganz andere Navigationssysteme zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Gut, schauen wir uns dann zum Beispiel, wenn ich hier hingehe und dort habe ich verschiedene Navigationen. Ich habe ein Navigationssystem hier darunter, ich möchte Vorlagen zur Verfügung stellen im Unternehmen, ich möchte bestimmte News noch extra haben, wenn ich das möchte. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ein ganz klassisches Navigationssystem. Ich möchte Personalabteilung reingehen, dort sind vielleicht Daten, die relevant sind für mich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin für Unternehmen, wo ich Personalsachen nutzen möchte, sei es digitale Service, Personal, Mitarbeiter, Onboarding-Anträge, was auch immer das ist. Oder meine Abrechnung, meine Spesen, was auch immer da für Personal wichtig ist. Also Service aus dem Personalbereich. Dann habe ich einen Bereich aus dem Marketing, sprich das Marketing-Team stellt bestimmte Informationen zur Verfügung, vielleicht Portfolio, PowerPoint, Präsentation, Vorlagen, was auch immer relevant ist, was das Marketing für Unternehmen produziert, welches auch relevant ist, eben fachübergreifend. Dann Service aus dem IT-Bereich und so weiter und so fort. Oder ich habe digitale Serviceunternehmen, die ich hierüber erreichen kann. Wenn ich zum Beispiel auf Services klicke, habe ich hier digitales Service, die ich hier benutze. Ob ich das so mache, ist das nur ein Beispiel, was ich zur Verfügung gestellt habe. Wir implementieren gerne, also wir zeigen ja auch gerne, wie man Services innerhalb von Microsoft Teams direkt verwenden kann und gar nicht über den Browser. In der Browser kann man natürlich aber hier auch noch machen. Und man sieht das schön, wenn diese Seite, diese eingestellte Seite, unter dem Hub implementiert ist, also unter dem Internet quasi implementiert ist, dann habe ich zwar eine eigene Seitenstruktur, aber ich habe immer die Verbindung zu meinem Internet und kann wieder zurückgehen. Zurück gehen zu meinem, ja wir stehen quasi im Internet, wo ich als Seite untergeordnet bin und diese Struktur, die muss man, wie ich vorher gesagt habe, einmal bauen. Das heißt, dass man ganz einfach nur eine Sitemap baut und die Struktur da reinbringt, dann hat man schon etwas, womit man arbeiten kann. Ja, das ist ein Beispiel jetzt, wie man so ein Internet aufbauen kann. Sprich, Anforderungen, Konzeptphase, Personas bilden, Struktur bauen, eine gute Sitemap bauen, Beispiel Daten vielleicht zur Verfügung stellen. Hier einen Piloten zur Verfügung stellen im Internet, im Unternehmen und hier quasi dann sich entlanghangeln. Und dann kann man Stück für Stück ein passendes und zielgenaues Kommunikationssystem, also weniger Internet, ein wirkliches Kommunikationssystem im Unternehmen aufbauen. Der Start ist oft das Schwierigste. Sie suchen jemanden, der Sie beim Aufbau, eine Einführung, eine Kommunikationsplattform, auch auf Microsoft, auf uns nicht unterstützt, dann schauen Sie gerne in unsere Beschreibung. Dort finden Sie unsere Quartal-Daten. Wir unterstützen Sie gerne. Abonnieren Sie auch unseren Kanal und vergessen Sie nicht die Glocke zu aktivieren, dann kriegen Sie sofort mit, wenn neue Videos von uns erscheinen. Viel Spaß!